Früher war das Saarland eine Region von Kohle und Stahl. Kohle gibt es nicht mehr, Stahl noch ein bisschen. Und das Saarland ist heute eine Region in einem gewaltigen Wandel, in einem gewaltigen Umbruch. Wir nehmen Sie am Donnerstagabend um 19.30 Uhr ein bisschen mit nach Homburg, sehen uns dort einen Stromspeicher an. Wir fahren nach Püttlingen zur Bürgergenossenschaft und sehen dort, wie eine Solaranlage auf einem Kindergarten in Betrieb genommen wird. Und heute schaue ich mir erst mal hier Kell am See an, denn hier ist heute ein wunderbarer Bauernmarkt in einem herrlichen Gelände. Es macht einfach nur Spaß, hier zu sein. Und bis Donnerstag um 19.30 Uhr. Ich freue mich auf Sie.